Moin Leute und ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Es ist etwas her und ich gehe zu 100% davon aus, dass das die längste Pause war, die jemals seit Kanalerstellung 2017 angefallen ist oder passiert ist. Aber ich will gar nicht lange schnacken, worum geht es. Wir gucken uns heute mal die möglichen potenziellen Kader an. Für die zweite Bundesliga, denn die startet nächsten Freitag schon. Ziemlich früh, aber da findet ja auch irgendwie im Winter dieses Jahr was statt. Deswegen ist alles ein bisschen vorgezogen und komisch abgehackt. Bevor wir gleich reingehen und wir gehen wirklich alle 18 Mannschaften einmal durch. Bevor wir gleich reingehen, ich habe eben schon ein paar Transfers gemacht oder die Transfers, die für mich sichtbar, erkennbar waren, die bestätigt sind, habe ich schon gemacht. Da können bis nächste Woche sowieso noch welche dazukommen und das Transferfenster schließt, glaube ich, eh erst Ende August. Und wenn euch jetzt schon irgendwas auffällt, was nicht mehr aktuell ist, vor allem bei Abgängen, die jetzt ausgeliehen waren oder ausgeliehen sind, da kann es sowieso sein, dass da irgendwas nicht hinhaut. Sollte tatsächlich noch jemand zuschauen und dann noch Fan von einer der Mannschaften hier sein, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann würde ich da mal nachbessern und das dementsprechend anpassen. Das wird auch wirklich relativ schnell gehen. Ich will jetzt nicht auf jede Mannschaft super viel Zeit verschwenden, aber so ungefähr wie das aussieht. Und wir starten mit Eintracht Braunschweig, aufgestiegen. Ferrai zumindest hat jetzt sogar jüngst auch getroffen im Spiel gegen Union Berlin. Ron Turben-Hoffmann ist neu. Ansonsten sind ja ziemlich viele bekannte Gesichter dabei, müsste ich mal sonst gucken. De Kali war zwischendurch da, war dann, glaube ich, bei Bochum, ist dann aber wiedergekommen. Und ja, beispielsweise Ibrahimi ist auch ein neues Gesicht. Ansonsten sieht so erstmal der Kader von Braunschweig aus. Und ihr merkt, es geht wirklich relativ schnell. Ich labere ja sowieso immer ganz gerne. Und um es einigermaßen schnell zu gestalten, machen wir das mal so. Kaiserslautern, auch aufgestiegen, zurück in der 2. Bundesliga. Willkommen daheim, möchte man fast sagen. Ja, da weiß ich nicht, ob sich in der Startaufstellung was getan hat. Böning kannte ich jetzt noch nicht. Lute ist auf jeden Fall neu dabei mit 75. Natürlich eine ziemlich heftige Wertung. Wird wahrscheinlich im neuen FIFA, wenn es noch FIFA heißt, weiß ich gar nicht, noch angepasst. Aber ansonsten, Durm ist neu. Zulinski ist neu gekommen von Erzgebirge Aue. Und ja, Lobinger ist auch neu dabei. Relativ breiter Kader. Und auch da nochmal der Hinweis, wenn ihr seht, XY ist gar nicht mehr dabei. Sagt mir das dann, transferiere ich die noch weg. Vielleicht sage ich auch noch kurz eine Einschätzung. Braunschweig wird es relativ schwer haben, aber wird auf jeden Fall eine Chance haben, in der Liga zu bleiben. Kaiserslautern sehe ich vielleicht sogar noch etwas stärker. Mit Lute im Tor, was natürlich krass ist für die zweite Bundesliga. Dann Herrscher, richtig aufstrebender Typ. Und ansonsten muss man schauen, wie sich die Mannschaft drumherum entwickelt. Es sind ein paar Erfahrene, aber auch ein paar Junge dabei. Ja, wird wahrscheinlich auch im unteren Tabellenmittelfeld sein. Aber es sitzt für mich auch nicht Abstiegskandidat Nummer eins. Dann haben wir Magdeburg als dritten Aufsteiger. Die haben einige Abgänge schon zu beklagen. Zum Beispiel Müller in der Innenverteidigung ist nicht mehr dabei. Artic hatte sich in einem Testspiel verletzt. Weiß ich nicht, ob der zum Saisonstart fit wird. Wird ja relativ knapp. Aber ansonsten, ja, sie werden schon ziemlich sicher als Außenseiter oder als einer der Außenseiter in die Liga gehen. Aber, naja, sie sind sehr souverän Meister geworden in der dritten Liga. Und, ja, mit Kakutalua beispielsweise ein erfahrener Neuzugang. Lawrence von Bayern, Fragezeichen, neu dazugekommen. Und, ja, also es ist auch keine schlechte Mannschaft, die abgeschlagen Tabellenletzter werden muss. Aber, ja, sie werden es schwer haben. Dann haben wir schon die aus der dritten Liga, also die Aufsteiger einmal durch. Dann gehen wir zum 1. FC Nürnberg. Wird wahrscheinlich in diesem Jahr eine nochmal bessere Rolle spielen als im letzten Jahr. Da war es ja zwischendurch ein Auf und Ab. Am Ende war trotzdem eine richtig gute Saison. Winzheimer als Verstärkung mit dabei. Jamra ist auch neu dabei. Und, ja, weg ist er von Regensburg. Sehr spannend, diese Position. Also er kann linker Verteidiger, Stürmer oder ZOM spielen. Sehr interessant. Erinnert mich ein bisschen an Sebastian May oder an Daniel van Beuten. Die Älteren werden sich erinnern. Und, ja, Verteidiger oder Stürmer, wo ist da der Unterschied, möchte man fragen. Ja, Bräunig müsste auch neu sein. Und, ja, ich muss zugeben, so richtig gut, da Ferner ist natürlich auch neu von Dresden, so richtig gut kannte ich bis in die Tiefe die Kader zuletzt auch nicht mehr. Das war in den letzten Jahren mal ein bisschen besser. Deswegen kann es sein, dass mir jetzt hier der ein oder andere Neuzugang durchrutscht. Und das tut mir dann natürlich leid, lässt sich aber dann in dem Fall nicht verhindern. Fortuna Düsseldorf hat eine sehr schwierige, komplizierte Saison hinter sich, hat sich dann aber auch gefangen. Von den Namen her ist es schon eine ziemlich gute Aufstellung und müsste so vom Gefühl her auch weiter oben mitspielen. Kann man so natürlich aber nie sagen. Narei, ja, der hat in der letzten Saison zeitweise wirklich gezeigt, dass er eigentlich ein überdurchschnittlich guter Zweitligaspieler ist. Und, ja, Hennings sowieso im Sturm. Aber der Zahn der Zeit wird auch ein wenig an ihm nagen. Aber es gibt auch genug junge Spieler, Apelkamm, Tanaka. Und, ja, von daher wird Düsseldorf wahrscheinlich auch eine ganz vernünftige Rolle spielen. Dynamo Dresden ist leider abgestiegen. Die überspringen wir. Au ist abgestiegen. Die überspringen wir auch. Ingolstadt ist abgestiegen. Und die überspringen wir auch. Schalke ist aufgestiegen. Die überspringen wir. Dann haben wir den HSV knapp in der Relegation gescheitert. Auch ein paar Abgänge auf jeden Fall verzeichnet. Alidou zum Beispiel. Shamra haben wir schon gesehen. Dafür Glatzel ist geblieben. Extrem wichtig. Laszlo Benesch dazu bekommen. Krass. Also, von den Anlagen her eigentlich ein Bundesligaspieler. Königsdörfer neu dazugekommen von Dresden. Bill Bia von Ingolstadt. Ah, jetzt bin ich auch ein bisschen auf den Trichter gekommen. Raab wird natürlich auch eine spannende Position sein. Kommt vom 1. FC Kaiserslautern. Und, ja, der Kader wirkt noch relativ breit. Da kann es eben auch wieder sein, dass ein paar Spieler von denen hier schon mittlerweile weg sind. Haltet mich dann gerne auf dem Laufenden und schreibt mir das. Ansonsten ist das ein Top-Kader. Und, ja, eigentlich im oberen Tabellendrittel wieder mindestens, auch wenn sich der HSV selber nicht mehr unbedingt als Aufstiegskandidat Nummer 1 zieht, was sie auch nicht sind, werden sie auf jeden Fall wieder eine gute Rolle spielen. Dann Hannover 96. Auch eine sehr schlechte Saison gehabt. Sich, ja, trotzdem relativ souverän gerettet. Und jetzt auch hier und da schon ganz gut verstärkt. Kunze auf der 6. Natürlich Aggressive Leader. Dann ist Schaub dazugekommen. Max Besuschkopf. Den hätte ich auch gerne bei meinem Klub gesehen. Aber, naja, Phil Neumann von Holstein Kiel Nielsen. Da sind schon ein paar dabei, die, ja, sich durchaus sehen lassen können. Aber auch hier relativ viele Leute auf der, ja, wie nennt man das, viele Reservespiele auf jeden Fall. Kann man auch gespannt sein. So groß wird der Kader am Ende nicht sein. Und, ja, vielleicht kommt ja auch noch was dazu. Aber trotzdem, also die obere Tabellenhälfte muss damit eigentlich drin sein. Ansonsten ist wieder Saisonziel krass verfehlt. Heidenheim, wie immer, eine sehr stabile Mannschaft. Wenn ich jetzt mal so spontan drauf gucke, Keller war mir jetzt nicht geläufig. Kann sein, dass der neu dazugekommen ist. Möchte ich mich jetzt aber auch nicht für auseinanderreißen. Meloni ist aber neu. Und, ja, relativ, ja, klein ist der Kader auch nicht. Aber im Gegensatz zu dem, was wir zuletzt gesehen haben, doch relativ übersichtlich. So viel hat sich nicht getan. Beste aber beispielsweise auch ein sehr spannender Werdegang. Von den Positionen her als Lenkerverteidiger eigentlich so für mich das erste Mal in Erscheinung getreten. Jetzt mittlerweile erste Position ZOM. Ist aber auf jeden Fall offensiv stark und hat auch schon die ein oder andere Hütte gemacht. Dann Holstein Kiel. Auch spannend. Ein paar haben sie halten können, wie zum Beispiel, wo haben wir ihn denn? Habe ich ihn gerade schon übersprungen. Fiete Arp müsste auf jeden Fall noch dabei sein. Wo ist Fiete Arp? Wo ist Fiete Arp? Ja, kann sein, dass ich den zwischendurch rausgeschmissen habe, aber der bleibt auf jeden Fall. Ja, also Arp werde ich wieder reinmachen. Ansonsten, ja, guter, stabiler Kader fürs Tabellenmittelfeld sollte das allemal reichen. Ist sehr schlecht gestartet in die letzte Saison. Aber, ja, im Prinzip ist das eine gute Zweitligamannschaft. Oder eine, ja, gehobene Zweitligamannschaft, sagen wir mal so. Dann Karlsruhe. Philipp Hofmann sehen wir nicht mehr und dafür verstärkt in der Innenverteidigung. Marcel Franke. Nebel von Mainz, glaube ich, gekommen. Kaufmann, ja, war auch nur an den HSV ausgeliehen jetzt zum KSC. Ja, wird man sehen. Karlsruhe gehört so zu, ja, einer der vielen Mannschaften eigentlich, die eine große Spanne haben. Da kann es von Platz 6 bis Platz 14 eigentlich alles werden, würde ich mal sagen. Aber, ja, vor allem Choi, der hat in der letzten Saison gezeigt, mit Wannicek zusammen, Gondorf sowieso. Ist eine sehr, sehr, sehr stabile Mannschaft. Auch, wenn man jetzt gucken muss, wenn Hofmann nicht mehr da ist, wie die Entwicklung so wird. Regensburg, ja, hat auch nach wie vor eine gute Mannschaft. Wir haben gesehen, Beste und Besuchkov, zwei Schlüsselspieler meiner Meinung nach, die weg sind. Verstärkt hat man sich mit Stojanovic, Feed, beide mal bei St. Pauli gewesen, nur so als kleinen Einschub. Ansonsten Schönfeld, da müsste auch neu sein, Joshua Mees von Holstein Kiel wieder mit dabei. Ja, auch eine stabile Mannschaft, aber könnte schwer werden. Denn, wie gesagt, durch die wegfallenden Beste und Besuchkov könnte das etwas kompliziert werden. Und Meier im Tor, Verlust, ja, wird wahrscheinlich auch recht schwer wiegen. Dann haben wir Hansa Rostock. Da gab es auch die ein oder andere Veränderung. Zumindest ist der ein oder andere Abgang dabei gewesen. Malone ist neu dazugekommen. Ja, ich will jetzt nicht bei jedem sagen, da glaube ich, der ist neu. Aber ich glaube tatsächlich Dressel, Ananu, Schröter, Meier, das müssten alles Neuzugänge sein. Pröger auch. Und wenn nicht sogar auch Deadlow. Ansonsten relativ schmaler Kader. Ja, da wird es wieder um den Klassenerhalt gehen, aber die Chancen sind auf jeden Fall realistisch. Sehe ich jetzt nicht, wieso das nicht unbedingt klappen sollte. Und Fröde, ja, auch relativ frisch. Ich weiß nicht, ob er jetzt oder im Winter schon gekommen ist, aber auch noch nicht so lange dabei. Dann Paderborn. Ja, hat sich auch hier und da verstärkt. Mit, ich hatte das vorhin angesprochen, mit Müller hier von Magdeburg. Hat sich ja als große Schwächung von Magdeburg ausgemacht. Ja, Bormuth, auch kein so schlechter. Teschi von Dortmund 2. Hat sich ein bisschen was getan. Robert Leiparz von Heidenheim dabei. Conté auch von Magdeburg. Und, ja, ansonsten gute Mannschaft. Paderborn immer so ein bisschen Wundertüte, aber steht ja in der Regel für recht spektakulären. Nicht immer erfolgreichen, aber schon unterhaltsamen und stabilen Zweitliga-Fußball. Dann kommen wir zu St. Pauli. Eggestein beispielsweise ist neu. Burgstaller natürlich ein harter Abgang, ebenso wie Chiare. Nemeth neu dabei. Otto neu dabei. Martanovic ist gerade noch so da. Ein Jahr noch ausgeliehen von Frankfurt. Wie man den Burschen hier ausspricht, ich weiß es nicht. Mit Kelfi vielleicht. Burkalfahr neu von, war glaube ich in Regensburg, ausgeliehen von Freiburg. So in der Art könnte es gewesen sein. Ja, ansonsten auch noch relativ schmal. Weil, wird eine schwierige Saison, relativ knapp letzte Saison den Aufstieg verpasst. Und jetzt geht es darum, eigentlich eine vernünftige Zweitliga-Saison zu spielen. Da ist man nicht Favorit auf den Aufstieg oder so. Aber in Abstiegsgefahr sollte man damit eigentlich auch nicht geraten. Darmstadt noch etwas knapper als St. Pauli am Aufstieg gescheitert. Stand auch für viel Spektakel. Und der ein oder neun Zugang ist auch verzeichnet worden. Ben Baller unter anderem Warming kenne ich jetzt noch nicht. Kann sein, dass der auch neu ist. Kann sich sicherlich auch noch das ein oder andere tun. Auf den ersten Blick ist da jetzt nicht so viel passiert. Aber gut, das war auch schon in der letzten Saison eine ziemlich stabile Mannschaft. Dann der SV Sandhausen. Der hat doch einiges gemacht. Polkrabb neu. Bachmann auf der 10 hier aufgestellt. Ist auch spannend. Und Yoko Rogi kam jetzt von Paderborn gerade erst. Kutucu, meine ich, fest jetzt verpflichtet. David Kansombi, spannend. Jetzt mit seinem Bruder zusammen. Christian. Und ja. Auch okay besetzt. Ritzmeier. Auch nicht so verkehrt. Ist, ja. Die Sandhausen. Die zaubern ja sowieso immer was hin. Und es ist jetzt hier noch lange nicht irgendwie eine Prognose, wie ich sehe oder wie ich was sehe, wo wer landen wird. Aber irgendwie macht ja Sandhausen meistens dann doch was draus. Und wenn ich mir die Mannschaft angucke, namentlich ist die schon gar nicht so schlecht besetzt. Werder ist aufgestiegen. Dann sind wir damit schon durch. Und dann haben wir noch zwei Mannschaften, die abgestiegen sind in die zweite Liga. Das ist unter anderem Arminia Bielefeld. War klar, dass da einiges passiert. Ich weiß nicht, ob Okugawa bleibt. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Hüsing von Heidenheim neu dabei. Ortega natürlich weg. Wird Capino die neue Nummer eins. Könnte sein. Siedler für mich auch ein neuer Name. Und ja, war klar, dass sich da einiges tut. Brunner weg zu Schalke. Dafür jetzt Tchatkowski. Neu dabei. Klos hat ja nochmal ein Jahr rangehangen. Und ja, an sich weiß nicht, ob sie jetzt wieder Top-Favorit sind, direkt aufzusteigen. Sehe ich persönlich eher nicht. Und man weiß ja, es ist relativ schwer, nach einem Abstieg sich wieder zu akklimatisieren. Aber kann natürlich auch gelingen. Und genau das kann man auch noch über Greuther Fürth sagen. Als Zweitligamannschaft, ja, über jeden Zweifel erhaben. Weiß auch nicht, ob da jetzt der direkte Wiederaufstieg direkt der Anspruch ist. Ist aber an sich noch eine sehr junge und potenzialträchtige Mannschaft. Da kann man schon durchaus einiges erwarten. Und spielerisch gesehen, ja, sowieso gar nicht mal so verkehrt. Ja, damit haben wir jetzt alle Kader durch. Wie gesagt, wenn auch irgendwas sich ändert, bis nächste Woche ändere ich das sowieso. Also, falls sich jemand fragt, wie macht man das? Vereinstransfers, dann geht man hier in die Mannschaften rein. Und dann kann man ganz einfach hier Bebou beispielsweise wechselt zu Nürnberg. Könnte man jetzt hier einfach so umtauschen. Passiert natürlich nicht. Ansonsten, wenn euch noch was aufgefallen ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Es wird die eine oder andere Prognose geben zur zweiten Bundesliga, zum Auftakt jetzt in die neue Saison sowieso, wo die Bundesliga noch nicht gestartet ist oder gestartet sein wird. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass mal wieder ein Video gekommen ist. Bleibt auf jeden Fall gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios. Bis zum nächsten Mal.